Die Stimme der Rache Zwischen den weiten Bäumen des kleinen Wäldchens draußen vor dem alten Farmhaus konnte U.S. Marshal Shauna Hatfield ihn nicht sehen, aber sie wusste, dass er dort war. Dass er beobachtete und auf eine Gelegenheit lauerte, auch sie, Shauna, zu töten, wie zuvor die drei Kollegen aus ihrem Team. Und ihr war klar, dass ihre Chance, mit dem Leben davon zu kommen, verschwindend gering war. Schließlich wusste sie, mit wem sie es zu tun hatte, mit dem Black-Rose-Killer, einem mörderischen Psychopathen. Das Markenzeichen dieses Verrückten war, die von ihm entführten jungen Frauen als Sklavinnen zu halten. Er brandmarkte seine Opfer an der ebenso intimen wie empfindlichen Innenseite des Oberschenkels mit einem Tattoo, das eine schwarze Rose zeigte, die aus einem Yin-Yang-Symbol herauswuchs. Nach einiger Zeit ließ Black Rose, wie er von den Cops auch genannt wurde, seine Opfer frei, wenngleich verbunden mit der Ankündigung, sie schon bald wiederholen zu kommen. Er lasse ihnen nur Zeit, ihre Angelegenheiten zu ordnen und sich auf den Tag seiner Rückkehr vorzubereiten, ein Tag, der eher früher als später käme, falls sie sich mit den Cops in Verbindung setzten. Black Rose hatte diese Drohung bisher jedes Mal wahrgemacht. Wie ein Schatten in der Nacht hatte er sieben seiner Opfer ein zweites Mal heimgesucht. Die Cops waren sicher, dass diese sieben Frauen nicht mehr lebten, auch wenn nur die Leichen zweier Opfer entdeckt worden waren. Doch von den anderen abermals Entführten hatte man nie wieder etwas gehört, sodass die Ermittler auch sie für tot hielten. November McAllister, die junge Frau, für deren Schutz Shauna Hetfield verantwortlich zeichnete, war in den zurückliegenden sechs Monaten vom Zeugenschutzprogramm betreut worden. November gehörte zu den wenigen Opfern, die beschlossen hatten, gegen Black Rose aufzubegehren. Sie war zur Polizei gegangen und umgehend unter Personenschutz gestellt worden. Seitdem waren Shauna und ihr Team vom US Marshal Service für Novembers Schutz verantwortlich. Nun aber gab es dieses Team nicht mehr. Black Rose hatte sich einen nach dem anderen geholt. Bis auf sie. Shauna. Angespannt ließ sie den Blick schweifen. Das Haus war eine Ruine. Ein baufälliger Kasten mit Obergeschoss und einer Vorderveranda, deren rostiges Blechdach von zerbröckelnden pseudorömischen Säulen getragen wurde. In den Zimmern verrotteten die Tapeten und der feuchte Putz fiel von den Wänden. Überall roch es nach Schimmel und Verwesung. Dennoch hatten FBI und Marshal Service diese Ruine als Treffpunkt ausgewählt, an dem November McAllister aus der Obhut der Marshals an das Pierrot überstellt werden sollte, ein Unterfangen, das Black Rose auf brutale Weise zunichte gemacht hatte. Und nun saßen Shauna und ihre Schutzbefohlene hier fest. Shauna konnte weder die Leitstelle erreichen, noch hatte sie eine Mobilfunkverbindung. Möglicherweise benutzte Black Rose einen Störsender. Novembers Stimme riss Shauna aus ihren Gedanken. Was machen wir jetzt? Shaunas rechte Hand umklammerte ihre Glock 40, während sie die Schatten absuchte. Dann schaute sie November an und hob einen Finger vor die Lippen. November sah wie ein kleines, verängstigtes Mädchen aus. Sie war Anfang 20, aber so zart und zierlich, dass sie ein Teenager hätte sein können. November bemerkte Shaunas Blick. »Wir können doch nicht untätig hier sitzen und darauf warten, dass er kommt und uns umbringt,« jammerte sie. »Ich gehe nicht zu diesem Irren zurück. Eher sterbe ich.« Shauna legte der jungen Frau eine Hand auf die Schulter. »Der Kerl legt tödliche Fallen. Vermutlich hat er Haus und Grundstück vermint. Wenn wir fliehen, ist es unser sicherer Tod. Er will, dass wir überstürzt losrennen, uns in seinem Netz verfangen und jämmerlich krepieren.« Auf Novembers Gesicht spiegelte sich Panik. Dünn und blass war sie das genaue Gegenteil von Shauna, einer kräftigen, sportlichen, schwarzen Mitte 30. November schüttelte Shaunas Hand ab. »Ihr habt gesagt, ihr könnt mich beschützen,« flüsterte sie. »Geben Sie mir eine Waffe. Ich töte ihn selbst.« »Reden Sie keinen Unsinn,« sagte Shauna streng. »Lassen Sie mich nachdenken. Wir finden einen Weg.« Doch Shaunas Optimismus war nur gespielt. Sie wusste selbst nicht, was sie als Nächstes tun sollten. Zu den Autos durchbrechen? Versuchen, durch den Wald zum Highway zu gelangen? Oder einfach die Stellung halten und auf Unterstützung warten? Die Entscheidung wurde Shauna abgenommen, als sie den Rauch sah, der unter der Küchentür hervordrang. Sie sprang auf, huschte die wenigen Schritte zum Gebäude und spähte ins Innere. Im Wohnzimmer leckten grelle Flammen die Wände hoch. Shauna fluchte lautlos. Black Rose hatte das Feuer gelegt, kein Zweifel. Auf diese Weise zwang er sie, nach hinten aus dem Haus zu fliehen, genau in seine Arme. Bestimmt lauerte er ihnen im Dunkeln auf. Shauna kehrte zu ihrer Schutzbefohlenen zurück. »Wir müssen hier weg,« jammerte November, die die Flammen ebenfalls gesehen hatte. »Wir müssen zu den Wagen.« Shauna holte tief Luft, machte erneut kehrt, trat die Hintertür der Veranda auf und winkte November, ihr in die Dunkelheit des Weidenwäldchens zu folgen. Nadia Shirazi war in Sullivans Island aufgewachsen, einer kleinen Vorstadt von Charleston, South Carolina, stammte aber aus dem Iran. Als sie mit 13 Jahren in die Vereinigten Staaten gekommen war, hätte sie sich nicht träumen lassen, einmal für das FBI zu arbeiten. Das junge Mädchen hatte damals bereits sein Leben vorausgeplant. Es war vorgesehen, dass Nadia für die Softwarefirma ihres Vaters arbeitete, die Advanced Innovation Manufacturing. Schließlich schrieb Nadia Computerprogramme, seit sie sieben war. Die Mathematik schien ihr im Blut zu liegen. König von Giambine, die du hier in die Skруlle Untertitelung des ZDF für funk, 2017